Naja. Ich mach mal kein Quicksave. Das gibt nichts! Gut. Ich glaub, nach dem Bildschirm bekommen wir nochmal Steine bzw. Fleisch oder sehr hartes Fleisch, was aussieht wie Stein. Und mein Kopfhörer rutscht mir vom Kopf. Hab nämlich noch ein Handtuch auf dem Kopf, weil ich grad baden war. Ne, erstmal... So. Eins, zwei... Wieviel hab ich noch? Fünf. Das ist auf jeden Fall besser als vorhin. Das heißt also, vier Stück reichen. Wir alle! Jo! Jo! Okay. Kriegen wir neues Fleisch? Das reicht nicht! Ach doch, da ist Fleisch. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab überhaupt nichts, hab ich gesagt. So, friss das bitte auf, damit ich ein neues Fleisch krieg. Neun. Neun. Geil. Neun. Quicksave. So. Ähm. Ja, würde ich sagen, vier Stück reichen, ne? Wir alle! Jo! Jo! Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, Gott sei Dank hat der verpeilt, dass da noch einer ist. Ich will das nicht mehr machen, das ist blöd. Mano. Aber wir haben... Wieviel haben wir denn noch? Fünf. Also so wie eben reicht. Vier Stück reichen. Jo! Jo! Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Bitte jetzt nicht in den Abgrund. Dankeschön, die haben sich direkt hingesetzt und warten. Okay. Wir haben... Wir haben drei Mojaken, wir haben noch ein Fleisch. Hier haben wir drei, brauchen wir hier. Hier gibt's acht. Okay, das heißt, uns fehlen noch fünf. Wenn ich jetzt irgendwo was verpasse, das wäre jetzt natürlich blöd. Hm. Nee, ich... Ja, rastet doch mal aus, ey. Erstmal kriegt ihr hier euer Fleisch, damit ich mir ein neues holen kann. Neun. Sehr schön. So. Ah ne, ich könnte... Ich könnte noch versuchen, im Sprung... also im Rennen dran zu springen. Ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, ich hätte irgendwie verkackt. Aber man kommt ja gar nicht anders an das Fleisch da dran. Okay, das geht so. Ja, die mit nach unten zu nehmen, macht sowieso keinen Sinn. Kommt mal her, hier. Okay, okay, okay. Okay. Ähm... Ich hab den aus Versehen geschlagen. Ich wollte eigentlich sagen, warte, aber ich habe den aus Versehen geschlagen. Äh, komm mal mit hier. Okay, okay, okay. Ich mache mal ein Quicksafe und hole mir mal hier im Vogelportal meinen Schlückel ab. So, jetzt müsste er unten... Jetzt weiß ich nicht. Ich muss auf die andere Seite. Was mich da erwartet, weiß ich nicht. Ich will jetzt keinen Quicksafe machen. So einfach hätte man es haben können. Aber nein, ich muss erstmal Fleisch wild durch die Gegend schmeißen. Okay, wir haben hier die anderen Paar. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man das auch anders hinkriegt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich Schlückel für den nächsten Screen brauche. Wir haben alle geholt. Wir haben 256 Mudaken. So, mal gucken. Ach guck mal. Da haben wir doch das Schlimmste, glaube ich, zuerst gemacht. Das war sehr gut. Ah, das ist das, glaube ich, wo die sich im Hintergrund kloppen, weil die Wasser über den Kopf gekippt kriegen. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen anstrengender hier. Ich finde auch dieses Rohrgebündel da oben links in der Ecke. Sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn. Gehirn. Mit Ö. Wo kommt man denn da hin? Weil der nach unten mit einem Ding im Hintergrund. Wow. Okay. Wenn das so weitergeht, ist das ein super, super Abschnitt hier. Okay, neun Stück gibt's hier. Piss ich auf jeden Fall. Weiß nicht. Kann sein, ich mich jetzt töte. Ja. Ist doch gut. Ich muss immer so angepisst sein müssen. Ich weiß gar nicht warum. So ein Leben als Sklave ist doch bestimmt super toll. Okay. Ist aber gut. Gut. Nein. Lass mich in Ruhe. So, das machen wir mal aus. Was ist das? Schränkchen. Gut. Bleib mal erstmal hier stehen. Ich will erstmal gucken, was hier abgeht. Man weiß ja nie, ne? Doch. Das ist das. Das ist das mit der Klopperei. Das kommt mir doch bekannt vor. Da ist man nämlich ein bisschen unter Zeitdruck, weil die Kloppen sich so lange, bis sie tot sind. So. Oder die Kloppen sich im Vordergrund. Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall nicht auf unserer Ebene. Okay. Das ist doch dezent ein bisschen am Längen. Oh, Entschuldigung. Man konnte doch irgendwie Schluss damit sagen. Nein. Nein. Ja, da seid ihr hier. Wisst ihr was? Kriegst direkt eine aus dem Maul. So. Ich möchte mich gerne töten. Ha. Hups. Wie geht's Schluss damit? Schluss damit. Ich hab doch alles durchgedrückt, oder nicht? Weil dann hören die nämlich für ne kurze Zeit auf. Ah. Okay. L2 Quadrat. Das war doch wunderschöne Versöhnungsparty hier. So. Ähm. Macht erst... Ja genau, zieh erst nochmal am Hebel. Äh. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die wegbringen kann. Ich hab auf jeden Fall einen Slick anmarschiert. Ich glaub, da runterfallen darf ich nicht. Ich mach's aber mal. Oh! Nein! So, Moment. Hm. Ich rette den einen hier einfach mal. Ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten jetzt sein soll. Wir gucken uns mal hier das Video an. Ist das ein Video? Nee, natürlich nicht. Achtung! Die unter Strom stehenden Mauern auszuschalten, kann zu ent... Fliehenden... Kann zu entfliehenden Angestellten führen. Joa, macht Sinn, ne? Ach, mein Kopfhörer... Rutscht... Kann doch nicht sein. So. Ja. Ich möchte gern wissen, was auf der anderen Seite ist. Hab man das hier zufällig gezeigt? Unzulässiger Gebrauch der unter Strom stehenden Mauern kann tödliche Folgen haben. Ah, okay. Da kommt man dann wahrscheinlich raus. Dann machen wir den an. Abwarten. Ist der etwas verkehrt gemacht? Ah. Alles klar. Ähm. So, jetzt ist die Frage... Wo können wir denn unsere guten... Fünf Stück da unten? Wo können wir die denn dann retten? Oder bin ich blind, dass da hinten einer war? In dem Bildschirm auf der linken Seite oder so, dass man die verscheucht hat, als man da hochgekommen ist. Da bring ich mal drüber, da hab ich Angst vor. Wo krieg ich die denn weg? Wir alle. Yo. Yo. Kommt mal mit. Ich will mal was ausprobieren mit euch. Kann sein, dass ihr dabei sterbt. Kann aber auch sein, dass ihr nicht dabei sterbt. Kommt mal hier. Keine Scheu. Ich mach euch doch nix. Kann nur gut für euch enden. Oder so. Okay, alle mal... Nee, noch ein Stückchen zu mir, bitte. Okay, okay, okay. Ja. Äh, bitte warten. Warten. Okay, okay. So. Und jetzt hoffen, dass sie nicht in ihren Tod fallen. Nein. Oder werden die gebrutzelt. Nett. Wir alle. Jo. Okay. Okay. So. Fünf Leute. Zip. Alle fünf gerettet. Dann können wir diesen Bereich zum Glück verlassen. Jetzt aber, nachほ Jaquen. hopsiert. Die sind der Augen. kann ich die gender ce.